so die patroon also ich erhalte berichte über einen feindlichen kommandant der truppen in die sachen gehen schad schalte hinaus ja aber ich war ja aber ich weiß nicht wie er heißt ich müsste die schmähung holen warte einen moment die untere so bei mir heißt er ja ich kann noch ich kann noch last kann ich nicht kann ich nicht die sapas monz habe ich nicht nein nein da brauche ich das da brauche ich das ornament und das habe ich nicht ja ja doch auf vorschau kann es gehen aha ja das mit 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 aus aus Geschafft. Ein Ziel weniger auf Shiros Abschussliste. Und den Eisentempel. 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 Wir sehen uns morgen. Nadegast, nach all den Jahren ist unsere Mission enden. Sollen wir aufdecken, was hier verborgen liegt? Dies ist ein Zeichen des Respekts der eisernen Nords. Benutze es, um damit das Artefakt auszuwählen, das du bemächtigen willst. Ich habe kaum noch Verwendung für Rüstung. Was soll unseren gemeinsamen Interessen helfen? Ich habe noch meine Schwierigkeiten abgestattet. Ich habe auch noch eine Sparante. Wenn ich meine Schwierigkeiten abgestattet habe, dann habe ich meine Schwierigkeiten bestanden. Ohne Wunderwärts! Antipodische Einsicht. Automatikgewehr. Ah, da ist immer 50, brauche ich nicht. Wenn deine Suppe vollständigt ist, dann immer. Ah, da ist immer. So, jetzt haben wir ein zweites Artefakt. Und zwar, wenn meine Suppe vollständig ist, laden sich die Suppe Fähigkeiten von Verbündeten in der Nähe schneller auf. So, was haben wir denn da jetzt noch bei Aufgaben? Na ja, das ist ja nicht so gut. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.